Ja, wir sind hier zurück im Let's Play Florencia Part 48, nicht mehr lang bis zur Jubiläumsfolge. Ja, es war jetzt eine kleinere Florencia Pause nach dem etwas frustrierenden letzten Part, deshalb habe ich jetzt auch nicht mehr weiter gespielt. Wir haben jetzt hier aber noch Quests, ganze drei, die wir so machen können, sonst bräuchten wir bei den Bossen wieder Hilfe. Hier haben wir jetzt die zwei Quests, aber bei den normalen Stone Knights und bei den Strong Stone Knights und ja, wir gehen jetzt erstmal zu den normalen. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, ob ich dann Quests überhaupt mit euch gemacht habe. Ja doch, bei den normalen Stone Knights habe ich das mit euch gemacht noch, die konnten wir ja relativ locker auch AOE ein bisschen kloppen. Die machen ja dann nicht mehr so viel Damage, aber bei den Strong Stone Knights ist es nicht ganz so leicht, weil da auch einige andere Mobs drumrum sind, aber naja, vielleicht sehen wir es noch. Wie viel müssen wir denn hier zerstören? 25 Stück, ich weiß nicht ob... Ja, vielleicht sehen wir es in den nächsten Parts noch, weil wir dringen ja immer weiter vor im Second Basement auf dem Zulag Dungeon. Und ich hoffe, ihr freut euch schon auf den Jubiläumspart, Part 50. Danach wird dann eine Zeit lang keine mehr kommen, weil ich erst dann wieder Part 100 so groß mache. Aber es werden natürlich bestimmt auch noch so ein paar Highlights kommen, aber so richtig was Großes kommt dann am Part 100 auf jeden Fall. Der wird auf jeden Fall auch noch kommen, also... Ja, bin ich schon sehr optimistisch. Es kommt auch, naja, nicht demnächst, aber in den nächsten vier, fünf Wochen vielleicht auch mal die Zeit, wo ich wirklich auch sehr konstant auch Flow bringen kann. Und auch richtig viel aufnehmen werde. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Wobei ihr natürlich vielleicht auch nicht gerade so viel Zeit habt, aber das verstehe ich natürlich, weil es bei mir auch nicht anders ist. Aber auf jeden Fall werde ich hier auch mal Offscreen ein bisschen mehr dann leveln, was natürlich auch gut für euch ist. Dann haben wir auch immer hier interessante Requests, weil wir auch schneller vorankommen, auch vielleicht mal bald auf eine andere Insel kommen. Und dann ist es doch schon noch etwas interessanter. Wir kämpfen uns hier gerade erst mal nur vor. Bahnen wir uns hier mal wieder den Weg. Das hatten wir ja eigentlich schon mal. Jetzt gucke ich mal hier, ob ich das hier schaffe oder ob die Mero nicht sich schon wieder verpisst. Natürlich! Okay. Dann wird das eben nicht so einfach. Klappen mit dem Aue. Weil er eben einfach nicht ankommt. Oder trifft. Ja, die Furious Carrick, die erledigen wir jetzt auch mal schnell. Nicht, dass die uns verfolgt und dass wir uns dann noch mehr Mobs pullen und dann irgendwie noch sterben. Das haben wir im letzten Partei oft genug gemacht. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, wir haben ja jetzt wieder unsere guten... Was heißt wieder? Wir haben ja jetzt unsere guten Leather Clothes. Auf der Upgrade Stufe 3 können die schon so einiges. Aber jetzt gucken wir mal, wie gut das denn jetzt hier wird. Den einen Quest könnte ich auch mal abgeben, aber ich weiß nicht genau, wann ich da mal die Motivation finde, wieder zurück zu schippern. Aber stimmt eigentlich... Oh Mann, ich bin doch eigentlich blöd. Wieso habe ich mir diesen Buff nicht mehr geholt? Ah, Mann. Was sollte man mal dran denken? Habe ich jetzt natürlich noch nicht so im Gefühl, bzw. bin ich noch nicht so dran gewöhnt, dass es das denn gibt. Weil das... Ja... Haben wir erst einmal oder zweimal geholt. Und weil ich schon... Vor einer Weile nicht mehr aufgenommen habe, Ist das dann natürlich auch ein bisschen ungewohnt wieder. Aber ihr könnt euch freuen. Ich habe so viele tolle Sachen noch mit euch vor. Also da wird auch... Ah, Powder of Magic Power. Hat es ja geheißen, soll ich behalten. Und dann vielleicht bei Spielern verkaufen oder auch selber verwenden. Weil die brauchen wir, glaube ich, für irgendwelche Waffen später. Aber in diesem Level ist es noch etwas uninteressant. Und jetzt sind wir endlich bei den Stone Knights. Also der Weg allein braucht schon 5 Minuten. Und deshalb, wo wir uns hierher teleportiert haben zum Second Basement, habe ich ja zum Glück gespeichert. Und da können wir dann natürlich mit diesem Tutorial Magic Stone of Memory... Ja, okay, muss ja kein Tutorial Stone sein. Aber auf jeden Fall Magic Memory Stones, wie auch immer man es nennen soll. Schon ziemlich nützlich. Soll ich vielleicht dann auch kaufen, weil es jetzt da nur noch einer ist, den ich hier habe. Dass ich da nicht ewig latschen muss. Ja, 25 Stück brauchen wir hier. Jetzt will ich eigentlich mal wieder die Miner Pils hier reinziehen, dass ich nicht immer direkt die guten verschwende. Muss man da verschwenden nennen, weil es ist ja einfach sinnlos, dass ich die einsetze. Wenn jetzt wieder alle Mops da sind, dann haue ich die auch gleichzeitig um. Aber für die zwei packe ich jetzt kein AOE mehr aus. Vor allem potte ich da nicht für die zwei. Ja, dann kommt für euch endlich mal wieder ein Part Flow. Aber bis jetzt bin ich immer noch relativ gut im Hochladen, würde ich sagen. Ich habe ja auch FIFA 14 abgeschlossen. Aber starte jetzt mehr oder weniger dann trotzdem noch ein fortführendes Let's Play von FIFA. Nämlich Ultimate Team habe ich angefangen gehabt und dann pausiert gehabt. Aber das ist jetzt wieder sozusagen der Nachfolger vom Manager-Modus. Keine Ahnung, ob das hier überhaupt jemanden interessiert. Aber ja, wenn ich hier gerade nichts zu sagen habe, dann kann man das hier schon mal einwerfen. Ähm, ja... Mal sehen, was für Mobs sich da hinten noch befinden. Da mussten wir zum Glück noch nicht hin. Was heißt zum Glück? Da werden wahrscheinlich auch in den nächsten Leveln noch ein paar Quests kommen, wo wir uns da sowieso hinbegeben werden. Deshalb... Ja, wir können dann nachher vielleicht auch nochmal gucken, was für Mobs es denn da so gibt. Jetzt... Genau, jetzt sind es doch schon drei Stone Nights. Dann lohnt sich das doch hier auch glatt wieder. Und irgendwie habe ich den einen nicht getroffen, was das Ganze ziemlich blöd macht. Aber trotzdem mache ich dem genug Damage, um den noch einigermaßen Down zu kriegen. Und der andere stirbt schon allein von den Verwundungen, was heißt von unseren Spezial-Attacken, die ja auch auf längere Zeit immer wieder HP des Gegners abziehen. Ja, 5%. Also wir kriegen nicht mehr so viel Erfahrung außerhalb von den Quests, sowieso auch ohne diesen Buff. Ist es ziemlich schwierig, jetzt Level abzukommen. Kann man jetzt nicht sagen, aber... Ja, es beginnt halt so langsam etwas schwieriger zu werden. Und ja... Ich bin auch echt gespannt, wie es jetzt hier nochmal weitergeht mit Flo. Vor allem den Level-40er Class-Change-Quest. Da kann ich mir noch gar nichts drunter vorstellen. Da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Ihr könnt mir da Tipps geben. Keine Ahnung, ob man die jetzt mit mehreren Leuten machen muss. Glaube ich ja fast nicht, weil Flo ist ja da schon MMO und das man eigentlich gut allein packen kann. Da ist ja Terror Online, was ich eigentlich auch mal erzählen wollte, aber irgendwie gerade nicht so gut läuft. Da es schon anders ist, da muss man schon einige Quests zusammen machen, weil man die Mobs da einfach nicht packt. Wobei die Bosse hier natürlich in dem Level, wo man die Quests auch kriegt, auch trotzdem ziemlich schwierig sind alleine. Aber ja, jetzt gucken wir hier, dass wir mal noch die zweite Hälfte schaffen von den Stone Knights. Haben wir so gut wie geschafft mittlerweile. Jetzt hängt gerade wieder... Ja, okay, nur kurz die Effekt-Darstellung hier. Hat wieder ein bisschen gepackt. Refined Stones. Ja, immer noch 5%. 5,8 jetzt. Aber zum Glück... Haben wir noch einige Boss-Quests, die wir dann immerhin auch machen könnten. Und dann mache ich halt Off-Screen noch ein paar Prozente, um da nochmal neue Quests zu bekommen. Ja, Level 40 dann... Eigentlich könnten wir ja noch den 33er AOE-Skill abholen, der aber anscheinend irgendwie nicht so der Burner ist. Macht wahrscheinlich auch nicht so viel Damage, was ja irgendwie ziemlich mal nötig wäre. Wäre schon gut, wenn wir zwei AOE-Skills haben, mit denen wir die dann auch one-hitten. Was heißt, mit den zwei Hits dann auch ganz down kriegen, dass wir da nicht so viel Damage einstecken müssen. In der Zeit, wo sie eben... Oh, da habe ich... Ich verpeile das irgendwie immer hier mit dem Uppen. Ich weiß gar nicht, wieso ich da jetzt eigentlich mit noch Uppen kann. Drei habe ich wieder frei. Mache ich einfach... Zwei hier drauf, eins auf Konstitution. Wenn es dann klappt... Ja, so passt es doch. Ja, dass wir endlich mal die 3000 HP voll haben. Das sind ja nicht der Tanker eigentlich. Obwohl wir natürlich auch einiges aushalten. Und vor allem können wir uns ja immer wieder heilen, was ziemlich gut ist eigentlich. Also früher war ich ja in MMOs immer so ein Krieger. Also ich habe... Obwohl Krieger in den meisten MMOs, finde ich, gar nicht die interessantesten Fertigkeiten haben. Es sind nur andere Formen, wie sie den Schlag ausführen. Das ist echt ein bisschen interessanter, finde ich fast. So hier mit Light Transition, obwohl das ja natürlich ähnlich ist mit dem Flow of Darkness von der Bewegung her. Aber vor allem mit anderen MMOs ist es auch so, dass Schamanen schon ziemlich vielseitige Moves haben. Und ja, das feiere ich eigentlich gerade ziemlich nice, weil ich ja eigentlich, wie gesagt, die simplen Fertigkeiten eines Kriegers immer bevorzugt habe. Und ja, bin ich jetzt endlich mal in die Schamanenregion vorgedrungen, kann man schon was sagen. Und spiele hier einen Schamanen-Fannkämpfer. Ja, okay, dieses Vorurteil, dass ich immer Krieger spiele, hat halt Mädchen verbrochen, weil da echt Krieger im Gegensatz zu Schamanen und Fandkämpfern wie Ninjas einfach viel besser ist zu spielen. Und auch eigentlich PvP doch schon ziemlich viel kann. Aber umso besser, dass ich es hier gewagt habe, einen Schamanen zu nehmen. Ihr könnt mir auch gern schreiben, was für eine Lieblingsklasse ihr habt. Oder ob ihr eigentlich alles spielt, kann ja auch sein. Ja, den Quest dürften wir eigentlich sogar noch in diesem Part fertig kriegen. Da mache ich den anderen dann vielleicht auch noch selber fertig. Ich weiß nicht, wo soll ich da jetzt noch hinlaufen? Na, bis wir da sind, bis wir uns da mal durchgekämpft haben, wird es ein bisschen schwieriger. Dann sehen wir das entweder im nächsten Part oder vielleicht... Ja, ich denke, ich mache das dann im nächsten Part. Ich weiß gar nicht. Demnächst wird der Part 50 ja schon kommen. Also da wird jetzt nicht so eine lange Pause kommen, wie es... War es bei Part 25 so oder war das bei... Oder war das bei Metin? Ich weiß nicht. Ich glaube sogar Flo hat der Part 25 so lange gedauert, aber... Ich weiß gar nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Da habe ich nämlich auch eine Kleinigkeit besonders gemacht. Guckt mal rein. Ist ja schon eine Weile her, weil ich ja eine Flo-Pause eingelegt habe. Zum Glück war sie nicht so lang, aber... Trotzdem bin ich froh, dass ihr noch da seid. Und ja... Jetzt mache ich es gerade irgendwie so, dass ich die immer einzeln kille. Eigentlich warte ich jetzt gerade, bis die alle wieder respawned sind, aber dadurch, dass ich die schon irgendwie immer wieder einzeln kille, sind die schon... Die ersten schon wieder tot, bis die anderen respawnen. Ziemlich blöd eigentlich, aber... Okay, machen wir es eben so kurz noch fertig. Die drei Stück, die kriegen wir jetzt auch noch so locker hin. Ohne ja da groß warten zu müssen, bis die alle wieder respawnen. Ja, ich haue halt die ganze Zeit hier auf den Skill, weil der lädt sich auch so schnell wieder auf. Aber manche Skills finde ich hier echt schwachsinnig. Finde ich eigentlich ein bisschen blöd, dass wir hier entviele Recovery Skills haben. Also das finde ich bei Flo schon ein bisschen... na... etwas... schlecht durchdacht. Aber was bringen mir hier zehn Recovery Skills, wenn... wenn ich hier den Instant Recovery so hoch habe, dass ich da, wenn ich genug MP habe, dreimal meine TP wieder auffüllen kann oder meine HP heißt es in Flo, ja. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall war es das wieder für diesen Part. Mal sehen, wie es dem nächsten Part weitergeht. Weiß ich ja selber noch nicht, je nachdem, wie ich dazu komme. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ich freue mich über jeden Kommentar, natürlich. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.